Das ist der Ortskern von Dornomersiel. Und durch diesen schönen Park geht es zum Strand und zum Hafen. Zwischendurch können sie nochmal Wasser trinken. Ihr Menschen habt ja ordentlich einen an der Klatsche und mögt das sicher, ne? Besser ist es aber, sich am Mahlbusen zu entspannen. Ist so eine Art Binnensee. Da ist der Hafen von Dornomersiel mit ein paar Schifferbogen. Und hier ist der Strand. Ja, da kann man sich ordentlich vergnügen. Deshalb machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schwenk über den Strand, damit Sie sich das besser vorstellen können. Dornomersiel. 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 So, tschüss. Tschüss.